Brauchst du, um fette Flächensounds zu erzeugen, wirklich teure Plug-ins von Drittanbietern oder bekommst du das auch in deiner eigenen DAW hin? Wir werden sehen. Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Was ich dir hier gleich zeige, kannst du aber in jeder anderen DAW auch genauso nachmachen. Nehmen wir mal an, du hast eine Produktion, wo du ein richtig fettes Pad brauchst, einen richtig großen, massiven Flächensound und du klickst dich durch die Presets deiner DAW, durch deine Synthesizer und du stellst aber fest, irgendwie sowas richtig Fettes, Großes ist nicht dabei, dann ist die Versuchung natürlich groß bei Plug-ins von Drittanbietern zu schauen, wie Omnisphere, Diva oder Serum, die wirklich hervorragende Synthesizer-Presets haben und auch große Pads. Aber die Frage ist, bekommst du das nicht auch mit ein paar Tricks selber hin? Und ich behaupte, bei vielen Pads oder bei vielen Aufgaben geht das. Und wir nehmen uns jetzt heute mal ein massives Flächenpad vor. Ich habe mir hier von Logic das Classic Analog Pad rausgesucht. Das ist der Retro-Synth und der klingt in der normalen Einstellung einfach so. Das ist jetzt natürlich erstmal noch alles andere als massiv, aber ich habe jetzt versucht, nur mit Native Plug-ins von Logic, du kannst das mit den Native Plug-ins von deiner DAW nachmachen, nur mit den Native Plug-ins hier einen fetten, massiven Sound zu basteln. Und ich führe dich jetzt mal durch die einzelnen Schritte, wie ich das gemacht habe. Ich habe zunächst mal angefangen mit einem EQ, mit einem Channel-EQ. Mir ging es einfach darum, diesen Low-End Rumble hier ein bisschen weg zu haben, so ab 30, 40 Hertz, gerade bei den Besten, wenn man dann tiefer spielt und bei so einem massiven Pad, dass sich das nicht zu sehr aufschaukelt. Als zweites habe ich reingeladen einen Pitch-Shifter. Das sollte auch jede DAW haben. Und alles, was ich hier gemacht habe, ist zwölf Halbtöne nach oben gestimmt und den Mix bei 25 Prozent belassen. Und dann klingt das so. Das heißt, du hast in höheren Lagen jetzt auch einen Sound. Wir können mal kurz vergleichen. Also wir haben ein paar Oktaven höher eben auch noch was am Laufen. Und jetzt, um das Ganze fetter zu machen, brauchen wir natürlich einen Hall. Und ich nehme das geliebte Chroma-Verb, das ich mehr und mehr mag hier in Logic. Du nimmst einfach eins von deiner DAW, wenn du mit einer anderen arbeitest. Und auch hier brauchen wir einen recht großen Raum. Bei diesem Hall-Plugin habe ich verschiedene Presets oder verschiedene Räumlichkeiten, künstlich generierte Räumlichkeiten. Ich habe mich hier für Dense entschieden. Ich habe Size und Density komplett hochgedreht. Kann man mal richtig durchdrehen hier ohne irgendwelche Hall-Einstellregeln. Und habe hier einfach den Dry-Wed-Regler auf 50 Prozent belassen, weil es direkt im Kanalzug sitzt. Was dann noch gut ist bei solchen Halls, bei solchen großen Halls, ist, wenn man die Höhen und die Tiefen ordentlich beschneidet, dass es nicht so arg rumpelt. Und unten, dass die eher so ein bisschen mid-rangey hier sind. Und dann klingt das Pad schon so. Jetzt ist schon wesentlich mehr Alarm, aber es reicht noch nicht ganz. So richtig groß ist es noch nicht. Und deswegen habe ich mir einen Bus angelegt. Und was ich in diesem Auxiliary Channel gemacht habe, ist zunächst einmal nochmal den Pitchhifter genommen und den nochmal zwölf Halbtöne nach oben gestimmt. Ich bin jetzt hier beim Sand relativ weit hochgegangen. Und ich gebe jetzt hier also nochmal in den Höhen nochmal verschiedene Lagen hinzu, dass das noch dichter klingt, der ganze Sound. Ja, den Mix lasse ich bei 25%, dass es nicht zu extrem durchdreht. Damit wir das Ganze schön breit bekommen, habe ich ein Stereo-Delay eingesetzt. Das sollte auch jede DAW haben. Und die habe ich, glaube ich, direkt so in den Einstellungen gelassen. Links ein Viertel-Delay und rechts ein Achtel-Delay. Und somit wabert der Sauer noch ein bisschen mehr hin und her. Das klingt jetzt schon ganz ordentlich, aber um die Sache abzurunden, habe ich nochmal einen Chroma-Verb eingesetzt. Und diesmal habe ich mich für den Reflective Hall entschieden. Auch hier wieder in den Höhen und Tiefen ein bisschen beschneiden, dass wir hier keinen Low-End-Gerumpel haben, weil so ein langes Reverb oder ein großes Reverb schaukelt sich gerne auf. Dann wieder Size und Density komplett nach oben und beim Dry-Wet-Regler jetzt Wet ganz aufgerissen, weil wir ja im Auxiliary-Channel sind. Und dann klingt die Sache so. Vergleichen wir jetzt mal den Sound, den wir jetzt gebaut haben, mit dem Sound, den wir vorher hatten, mit dem Grundsound von dem Retro-Synth. Das war so. Und nochmal den Sound von jetzt. Das war so. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, ich finde, das klingt ganz ordentlich und das kann man jetzt schon als massives Pad bezeichnen. Was ist deine Meinung? Habe ich dir jetzt hier Quatsch erzählt und das kommt an Omnisphere oder richtig große Synthesizer nicht hin? Oder kann man doch tatsächlich in der eigenen DAW hier an Flächensounds arbeiten, wenn man ein bisschen sich mit Sounddesign auskennt? Schreiben wir das mal bitte unten in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig über zwei Daumen nach oben oder über neuen Abonnenten. Und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann!